Wir sind White Knights aus Frankfurt. Uns gibt es seit fünf Jahren knapp, die Band entstand aus mehreren Bands und wurde gegründet vom Tymbling-Gitarristen und Sascha, dem Flyzeuger. Wir machen Rock, in dem Pop eine sehr große Rolle spielt und unsere musikalischen Einflüsse gehen von Death Metal bis Radiopop über Indie bis hin zu, keine Ahnung, also wir hören wirklich alles Mögliche. Unsere Texte sind in Englisch. Ich schreibe die Texte und für mich ist der Klang der englischen Sprache einfach schöner als der Freunde Deutschen. Ich schreibe die Texte und für mich. Wir haben einen Bus, der aus Frankfurt kommt mit knapp 50 Fans von mir. Wir haben uns, die uns heute Abend auf jeden Fall unterstützen werden. Wir performen unsere Songs und hoffen damit die Leute zu überzeugen, weil wir der Meinung sind, dass wir gut sind. Ich denke, wir schauen einfach, wo die Reise hingeht, arbeiten weiter hart an uns, an den Songs und an der Qualität unserer Musik. Auf unserer EP ging es hauptsächlich um das Nachtleben in der Großstadt, weil wir das sehr zelebrieren haben und uns das Spaß macht. Da habe ich gedacht, das wäre eine gute Thematik für die EP. Und ansonsten geht es generell einfach um das Leben, um Spaß haben und solche Sachen halt. Musik Musik ist so ziemlich das Wichtigste. Um die Musik herum baut sich alles andere, was wir im Leben so machen. Und ich denke, das kann ich auch für alle anderen sagen. Laudometer, zeig uns, welche zweite Band werden wir mitnehmen zu Rock am Ring? White Knight! Großen Leute von White Knight! Auch ihr kommt mit uns zum Bandflash zu Rock am Ring. Ein big Applaus für unsere Gewinnerband White Knight! Herzlichen Glückwunsch, das ist euer Pass zu Rock am Ring. Wie fühlt ihr euch jetzt? Wahnsinn, super. Ich bin schwachlos. Vielen Dank! Vielen Dank! Ihr habt unser Wochenende wieder gut gemacht! Dankeschön! Wir werden bei Rock am Ring dabei sein, freuen uns tierisch. Ich freue mich auf jeden Fall. Freust du dich auch? Ja, geht, geht. Ober! Wahnsinn! Es wird der Hammer! Vielen Dank! pobl DC-H Du bist du nichtART- Okay, wir brauchen die Goesle ihr Denkmal- Wir sehen uns beim nächsten Mal.